Hochbrisant. China schickt sechs Kriegsschiffe nach Israel. Und ich frag mich, wann wir endlich alle mal wieder zurück zum Menschsein kommen, zusammenhalten und gegen diese Teufelsanbeter kämpfen, Digga. Weißt du, wie ich meine? Gegen die Menschen, die diese ganze Scheiße auslösen und die mit uns spielen wie mit Schachfiguren und so. Ich lieb euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Ich küss eure Zirbeldrüsen. Bild euch gedrückt vom Lovelock. Und ja, liebt. Hört nicht auf zu lieben. Egal, was in der Welt passiert. Wir ziehen uns wieder ein Video rein zu den aktuellen Konflikten und deswegen ist es auf der einen Seite wichtig, natürlich zu gucken, was passiert gerade. Auf der anderen Seite ist es auch extrem wichtig, sich davon nicht zu krass beeinflussen zu lassen, sodass man seine hohe Schwingung, seine Liebe und seine positive Energie verliert, weil das ist auch ein bisschen, was damit erreicht werden soll, glaube ich, dass Menschen immer mehr die Hoffnung verlieren, dass die Welt noch in eine bessere Richtung gehen kann. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir in der Liebe bleiben, wenn wir in unserem Herzen bleiben und wenn wir für das Miteinander kämpfen, kann die Welt in eine positive Richtung gehen. Das dürfen wir uns nicht ausreden lassen. Wichtig mal hier so zu teilen mit euch. Das darf nicht passieren. Bleibt liebende Menschen. Und ja, das Video heißt Hochbrisant. China schickt sechs Kriegsschiffe nach Israel. Also es sieht danach aus, dass dieser Konflikt, der da gerade stattfindet, ein Auslöser dafür ist, dass immer mehr Nationen sich da einmischen und dass eventuell, was der Ernst Wolf auch schon gesagt hat, ein neuer Riesenkrieg ausbrechen könnte, wo der Großteil der Welt sich mehr oder weniger mit einmischt. Und das ist einfach eine Sache, die ist nicht toll. Wir gucken uns mal an, was hier erzählt wird. Ich liebe euch. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentarchen und abonniert meinen Kanal. Und ich würde sagen, es geht los. Der Israelkrieg wird zu einem riesengroßen Flächenbrand mit immer mehr Ländern. Die Amerikaner haben ja bereits zwei ihrer Flugzeugträger vor Ort. Und jetzt hat auch noch China sechs eigene Kriegsschiffe nach Israel geschickt. China, Digga. Was hat denn jetzt China damit zu tun, Digi? Das verstehe ich nicht ganz. Außerdem hat die Türkei ein militärisches Eingreifen innerhalb von 24 Stunden angekündigt. Es sieht so aus, als wenn dieses Pulverfass kurz vorm Hochgehen steht. Alle Details in diesem Video. Von diversen Geheimdiensten und vielen Medien wurde es ja sehr oft angesprochen. Die Lage in Israel ist hochbrisant und es könnte sich zu einem weltweiten Flächenbrand ausweiten. Und das liegt daran, weil hier nicht nur Israel gegen die Hamas und gegen die Hezbollah kämpft, sondern die internationalen Großmächte ebenfalls eingreifen und es deswegen ein riesengroßer Stellvertreterkrieg werden könnte. Letzte Woche hatten ja bereits die USA zwei ihrer Flugzeugträger vor die Küste von Israel Stellung gebracht. Um Israel dabei zu unterstützen, sollte der Iran offiziell in diesen Krieg eingreifen. Und diese Kriegsschiffe der USA, die stehen dort nicht nur dumm rum, sondern sie haben bereits aktiv in diesen Krieg eingegriffen. NTV schrieb, US-Kriegsschiffe fängt Raketen aus Jemen ab. Aber die USA sind wie gesagt nicht die einzigen, die Kriegsschiffe nach Israel schicken, sondern jetzt hat China nachgelegt. Express.at schreibt, hochbrisant, auch China schickt sechs Kriegsschiffe vor Israels Küste. Es ist eine hochbrisante Entwicklung. China hat sechs Kriegsschiffe entsandt, um seine Präsenz vor den Küsten Israels deutlich verstärkt. Auch die USA haben dort zwei Flugzeugträgergruppen positioniert. Tja, meine lieben Zuschauer, welch ein Glück hat doch Israel, dass neben den USA jetzt auch noch China zur Hilfe herbeigeeilt kommt. Ironie aus. Die Chinesen schicken nämlich ihre Kriegsflotte sicherlich nicht nach Israel, um dort gegen Hamas, Hisbollah und Iran zu kämpfen, sondern die Chinesen bereiten sich darauf vor, den Iran und die anderen arabischen Staaten zu unterstützen und im Ernstfall gegen... Mann, das ist so brisant, Freunde. Ich schwöre es dir, das ist so brisant. ...die USA und gegen den Westen zu kämpfen. Der Iran gehört jetzt nämlich zur BRICS. Ja, stimmt, 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 stimmt. Die gehören zur BRICS jetzt auch, ne? Die BRICS-Staaten haben doch einige Staaten eingeladen, sich Teil von BRICS zu werden. Selbst auf Wikipedia kann man das nachlesen. Die BRICS-Staaten sind eine Vereinigung der Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und zum 1. Januar 2024... Ja, genau, das habe ich gesehen auf Instagram. ...soll unter dem neuen Namen BRICS Plus Argentinien, Ägypten, Äthopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigte Arabische Staate der Staatengemeinschaft beitreten. Also Leute, wacht endlich auf. Dieser Konflikt wird riesengroß. Die Hezbollah ist ja bereits jetzt in den Krieg eingetreten und beschießt Israel massiv mit Raketen. Und die Hezbollah wird vom Iran gesteuert. Und der Iran ist jetzt offiziell Mitglied von den BRICS-Staaten. Das heißt also... Man muss es mal einfach mal so aus einer Vogelperspektive sehen und mal einfach schauen, was in den letzten drei bis vier Jahren so passiert ist in der Welt. Wie krass, also... Das hätte man sich vor vier Jahren noch gar nicht vorstellen können, dass wir in so vielen Konflikten gleichzeitig uns befinden, dass Dinge wie Corona um die Ecke kommen, dass immer mehr Kriege entstehen, dass sowas wie ein Schneeball-Effekt auch wieder entsteht und dass wir gerade quasi kurz vorm dritten Weltkrieg sind so. Das ist so voll unrealistisch für mich. Und das ist extrem traurig, ich schwör's dir. Ich find das extrem traurig, weil das heißt einfach nur, dass noch mehr Menschen sterben. Und Eliten erzählen auch immer irgendwas von, ja, Überbevölkerung und dies, das, bla, bla, bla. Das kommt denen zugute. Die machen erstens Geld damit mit diesen ganzen Waffen und mit dem ganzen Geld, was die dann wieder investieren, quasi um Länder aufzubauen, etc. pp. Und deren Hintergrundagenda, dass Menschen dezimiert werden sollen, geht dabei auch auf, so weißt du, wie ich meine. Und wir schlachten uns gegenseitig ab, so. Ich frag mich, wann der Tag kommt, dass wir alle Menschen realisieren, dass wir zusammen gegen eine gewisse Menschengruppe kämpfen müssten eigentlich und nicht gegeneinander, so. Die hetzen uns gegeneinander auf mit Themen und die spalten uns immer mehr und teilen uns in irgendwelche Gruppen auf. Ob ihr seid die, wir sind die, ihr habt den Glauben, wir haben den Glauben. Und ich frag mich, wann wir endlich alle mal wieder zurück zum Menschsein kommen, zusammenhalten und gegen diese Teufelsanbeter kämpfen, weißt du, wie ich meine? Gegen die Menschen, die diese ganze Scheiße auslösen und die mit uns spielen wie mit Schachfiguren so. Dass China auf gar keinen Fall Israel verteidigen wird, sondern sie werden den Iran und die anderen arabischen Staaten verteidigen. Und das weiß auch die USA und deswegen sind die alarmiert. Express.at schreibt weiter, US-Außenminister Blinken äußert sich ebenfalls alarmiert. Wir sind besorgt, sagte er am Sonntag dem Sender NBC. Wir ergreifen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir unsere Leute wirksam verteidigen und entschlossen reagieren können, wenn es nötig ist. Blinken... Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Ich weiß dir. Wenn wir zusammenhalten würden alle und wir uns wieder auf eine, keine Ahnung, darauf einigen können, dass Menschsein im Vordergrund steht so und alle verstehen würden, dass es Menschen gibt, die die Menschlichkeit aus uns rausholen wollen quasi und eine separate Agenda verfolgen und Dinge tun, die uns allen nicht gut tut so. Das tut uns allen nicht gut so. Und ich frag mich, wann die Menschen das mal irgendwann wieder realisieren. Wir müssten uns eigentlich zusammenschließen, egal welcher Glaube, egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft. Wir müssten uns zusammenschließen und für Menschlichkeit und Liebe kämpfen. Dann hätte keiner mehr eine Chance. Keiner. Zugleich die USA wolle keine Eskalation des Konfliktes. Wir wollen nicht, dass sich eine... Da schreibt einer Digga, nicht mal 100 Menschen im Chat können zusammenhalten. Ja, Bro. Ja, ja. Fühl dich genau so, wie du es sagst, Bro. Wir haben es verlernt. Wir haben es verlernt. Wir akzeptieren nicht mal, dass ein anderer eine andere Meinung hat oder ein bisschen anders denkt und dann denken wir direkt, wir müssen gegen den kämpfen. Und das hat immer mehr Einzug gefunden bei uns. Und es gibt immer mehr Themen heutzutage, wo wir uns spalten lassen. Weißt du, wo wir sagen, es gibt zwei Seiten. Entweder du stehst auf der Seite oder auf der anderen Seite und dann bekriegen wir uns. Dann reden wir uns schlecht. Dann machen wir uns runter. Dann machen wir uns fertig. Dann drücken wir uns in eine Ecke. Und dann teilen die uns und beherrschen uns. Teile und Herrsche kommt nicht von irgendwo her. Weißt du? Es ist gefährlich, wenn wir zusammenkommen würden. Es ist gefährlich, wenn wir uns, keine Ahnung, wenn wir uns darauf einigen würden, dass Menschlichkeit uns alle miteinander verbindet. Wir bluten alle gleich. Wir fühlen alle gleich, Bro. Weißt du, wie ich meine? Es wäre gefährlich, wenn wir uns darauf einigen könnten. Deos bringt es auch gerade auf den Punkt. Viele akzeptieren sich ja nicht einmal selbst. Wir schicken zwei Flugzeugträger nach Israel. Wie wäre es denn zur Abwechslung mal mit Deeskalation? Also anstatt dem Schicken von Waffen und Kriegsschiffen mal mit Diplomatie zu probieren. Aber genau das können die Amerikaner nicht und deswegen haben wir jetzt den Salat. Aber pass auf, es geht noch weiter. Die Türkei will jetzt nämlich auch militärisch mitmischen. Das Nachrichtenportal TKP schreibt, scharfe Worte aus der Türkei gegen Israel und den Westen sowie Ankündigung des militärischen Eingreifens. Auf Twitter stand Eilmeldung. Der Vorsitzende der nationalistischen Partei der Türkei und Erdogans Regierungspartner der Flit Bakseli fordert die sofortige Beteiligung der türkischen Armee, falls ein Waffenstillstand nicht innerhalb von 24 Stunden ab heute erreicht werden kann. Also das sind schon ziemlich brisante Worte und deuten auf eine weitere Eskalation hin. Und klar, jetzt könnte man natürlich sagen, das sind ja nur die Worte von Erdogans Regierungspartner und nicht von Erdogan selbst, aber auch Erdogan hat sich ebenfalls ähnlich geäußert. Das Ganze ist hier auf Arabisch, also lasse ich den Google jetzt einmal drüberlaufen. Und dann kann man im letzten Absatz folgendes lesen. Die Türkei wird alle anstrengende Unternehmen, um eine radikale Lösung für das Problem des Palästina-Konflikts zu finden, um weiteres Blutvergießen zu verhindern, diese täglichen neuen Tragödien, um menschlichen Schmerzen zu stoppen. Also Erdogans Regierungspartner spricht von einem Eingreifen in der türkischen Armee und Erdogan selber spricht von einer radikalen Lösung für das Problem des Palästina-Konflikts. Also ich glaube wirklich, dieser Konflikt in Israel wird deutlich größer, als wir uns alle bisher vorstellen könnten. Und dieser Konflikt wird sich alleine schon deswegen ausweiten, weil Israel... Ich meine, in Deutschland haben die das ja schon angekündigt so, dass wir bereit sein sollen, unser Leben für die Sicherheit von Israel, auch mit unserem Leben dafür zu bezahlen. Warum erzählen die sowas in den Medien, weißt du? Ich meine Politiker offiziell von der CDU. Warum sagen auf einmal Politiker, ja, also ich würde heute den Wehrdienst nicht mehr verweigern? Man bereitet uns schon langsam darauf vor. Und das ist crazy, bruv, ist crazy. Und eins muss man sich bewusst machen, Alter. Krieg würde nicht funktionieren, wenn keiner hingeht. ...die Hezbollah angreift, sondern weil es bereits auch Syrien und Libanon angreift. Die Presse schreibt, Israel greift Flughäfen von Damaskus und Aleppo in Syrien an. Und NTV schreibt, Israel beschießt Hezbollah-Ziele, Saudi-Arabien warnt, Libanon sofort verlassen. Also, Israel schießt Raketen nach Syrien und nach Libanon, um dort offiziell Hamas- und Hezbollah-Kämpfer zu töten. Aber trotzdem sind das ja Angriffe auf das Staatsgebiet von zwei souveränen Staaten. Ich meine, wir haben ja in Deutschland laut Verfassungsschutz auch 450 Hamas-Terroristen. Schießt Israel deswegen demnächst auch Raketen auf Deutschland, um unsere Hamas-Terroristen zu töten? Also, auch wenn es diese Gefahr für Deutschland vielleicht ironisch klingt, aber für Syrien und für Libanon ist das Realität. Und deswegen muss man auch hier ganz genau hinschauen, mit wem legt sich Israel dort an? Hier auf der Karte kannst du Folgendes sehen. Sowohl Syrien als auch Libanon sind Mitglied in der Arabischen Liga, also eine Allianz von 22 arabischen Staaten. Und dort sind ebenfalls auch Mitglied Saudi-Arabien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emiraten, also drei Länder aus der BRICS-Allianz. Und dazu kommt auch noch, dass in der Vergangenheit in Syrien bereits ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland stattgefunden hat. Also Syrien ist ein brandheißes Pflaster. Und wenn Syriens Präsident Assad entscheidet, dass er sich den israelischen Beschuss auf sein Land jetzt nicht mehr gefallen lässt, dann geht dieses ganze Pulverfass nach oben. Und genau das ist auch der Grund, warum China jetzt ebenfalls seine Armee in dieser Region Stellung bringt. Und Russland ist ja sowieso bereits vor Ort, da deren ihre Raketen von der Krim bis ins Mittelmeer reichen. Und genau deswegen wurde jetzt ja auch die israelische Bodenoffensive in Gaza auf Bitten der Amerikaner mehrmals verschoben, weil die Amerikaner wissen ganz genau, dass diese Bodenoffensive das Pulverfass sprengen würde und danach würde es weltweit eskalieren. Und davor habe ich wirklich Angst. Was denkt ihr denn über die aktuelle Situation in Israel und jetzt auch über die chinesischen Kriegsschiffe? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video. Apparat gehört, dass die jetzt dafür sorgen oder dazu anregen möchten, dass Frieden kommt. Alles was ich sehe und was ich höre ist, wenn das passiert, machen wir das. Wenn die so machen, machen wir so. Also es gibt kein Land mehr oder keine Regierung, die versucht irgendwie zu vermitteln oder versucht eine vernünftige Lösung zu finden. Oder sehe ich die einfach nicht? Schreibt es mir rein, ich habe keine Ahnung. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Verliert eure Liebe nicht so. Bereitet euch spirituell und körperlich auf das Schlimmste vor. Sage ich euch ganz ehrlich so. Gerade spirituell. Seid in eurem Herzen. Seid in eurer Liebe. Seid in eurer Mitte. Alles wird gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Abonniert.